Die Feuerwehr wird heute 17.21 Uhr zum Verkehrsunfall nach Holzdorf auf die L2080 gerufen. Dort hat sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorräderfahrern ereignet. Wir haben die Straße abgesperrt, der Rettungsdienst war schon vor Ort und hat die Verletzten versorgt. Und wir haben bloß noch die Betriebsstoffe abgenommen und haben die Unfallstelle gesichert. Jetzt können wir uns in zwei Landkreisen bewegen. Wir haben alle, alles gut? Viel lauer. Ach so. Einmal halbwegs. Weil es laufig ist, wie die Dienste noch nicht so frei ist. Also die Straßenmarktierungskreiber. Dann fahren wir so um als gut, oder? Nein, ich wollte es weg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.